hallo und willkommen zu einer wunderschönen neuen folge heute werde ich wieder auf ein video reagieren das neue galaxy s 9 s 9 plus gucken wir mal rein kleine clip von samsung deutschland das ist eigentlich schon mal geil mit der kamera es gefällt mir bis jetzt relativ in ordnung jetzt vorbestellen bis zu smartphone sichern genau okay das ist eigentlich relativ weil ich hab ja selbst in samsung und ich bin damit auch zufrieden und ihr wisst ich bin nicht so der iphone-fan wenn er es überhaupt ist aber darum soll es heute gar nicht gehen ich wollte euch einfach zeigen was euch so erwartet wenn ihr die kamera auf jeden fall ein kleiner clip ganz in ordnung